Uwalt, Halli, 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 liebe Leute und willkommen zurück zu Uwalt, mit Uwalt. Ja, komm mal, Uwalt. Ich hab den Barry dabei, den Sobjo und den Rikus. Hi. Uwalt, Uwalt. Oh, Vulkan. Oh, Vulkan. Beides heiße Orte, aber Uwalt ist heißer. Ja, wir gehen in das, was hier untenrum sind. Der gute alte Uwalt. Was ist das denn? Oh, ich dachte, das wär was Tolles. Keine Selbstschussanlage, wie langweilig. Ja, gell. Selbstschussanlage, wir sind ja nicht in Amerika. So. Watt mach mal den feinen Tier. Komm, ich mach fernes Halber das Teil mal hier rein. Und wer das schafft zu treffen, ist gut. Fertig. Okay, das ist nett. Meins. Moin. Moin. Vulkan-Edex-Wesokju. Moin. Hä? Ja, du hast es anscheinend noch nicht gehabt. Hab ich doch gerade ausgefehlt. Dann. Witzigerweise schon. Dann ist das interessant. Wahrscheinlich, weil die Chance sind. Weil du die, weil wir in Zell aus deinem Raum sind. Naja, die kriege ich das aus gerade. So. Irgendjemand ist anonym. Ja, ich bin anonym. Ja, das ist Rikus anonym. Heute ist der, der da Anonymous. Ich bin bei den Anonymen. Anonymous Rikus. Anonymous Rikus. Oh, das mit dem Honig ist auch gemein. Schade, dass man das nicht so an der Seite rankleben kann so. Aber kann man das vielleicht da lang nehmen? Klar. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal, gucken mal. Oh. Kann man das überhaupt noch schaffen? Natürlich. Hopp. Ah, die habe ich gar nicht gesehen. Hopp. Hopp. Easy. Oh, schade, dass du noch stirbst. Ne, nichts mit sterben hier. Was tust du eigentlich da oben? Ich habe gerade voll Spaß. Das sind die einfachen Dinge des Lebens. Weißt du, der Subshow hat Spaß mit den einfachen Dingen des Lebens. Das kommt vom Red Bull. Ah, nein. Timing. Oh, na. Fucking Fuckfuck. Ah, easy. So, von wegen. Oh, ist ja los. Du hast schon was gut gemacht. Das Spiel ist ja schon fast vorbei. Was ist da los? Oh nein, da war die Schussanlage. Das ist die Schussanlage. Oh. Schade, dass man das nicht daran kleben kann. Ich will das daran kleben. Vielleicht geht das jetzt mit. Bin mal gespannt. Ich bin auf jeden Fall Ingenieur geworden. Habs gerade freigeschaltet. Infill Achievement. Was war das denn? Oh. Ah, das klebt tatsächlich. Cool. Und der Rickus hat wohl keinen freigeschaltet. Und der Rickus versucht sich jetzt an einem Schatz. Du wahnsinniger. Ui. Oh, da guckt euch mal den Ninja Rickus an, ey. Was? Was? Das Ding übt. Scheiße. Ich hätt warten sollen. Oh, ich hätt's geschafft. So, jetzt hast du die Pflanze holen. Jetzt kommt der einfache Part zurück. Nein. Wirklich. Nein. An den einfachsten Sachen scheitert der Rickus. Ich bin ausgerutscht. An deiner Eitelkeit. Ja. Eindeutig an der Eitelkeit. Ja. Ah, die Abrissbirne. Jo. Hey, Jo. Die ist gemein. Oh, jawohl, die ist gut. Die hätte noch am Honig kleben sollen. Egal, ist gut. Ja, stimmt. Egal, ist gut. Komm, ich will nicht allzu fies sein. Man soll ja noch durchkommen. So, tschu, du wirst mich schon ein bisschen provozieren da unten. Okay, ja, ja. Wiii. Waaah. Quatsch. Ah, das schafft er auch. Das ist schwer. Dann kannst du erstmal die zwei und dann den letzten holen. Oder wie du es willst. Nein. Was? Oh fuck. Boah, der Ninja-Move hat er wieder gebracht, ey. Meine Güte. Hey, unten ist noch eine Münze. Hallo. Nein. Hallo, unten rechts ist noch eine Münze. Die hat er nicht gesehen. Die habe ich nicht gesehen. Ich habe auch gerade mein Ohr. Ganz, ganz schlimm. Also ich höre dich nicht so richtig. So, so. Hm. Arme Rickus. So, was haben wir denn? Der hat's einfach. Weißt du? Du lässt einfach Münzen aus. Ja. Ich brauche das Geld nicht. Jawohl. Der ist anscheinend alt genug, um kein Geld zu brauchen. Reicher YouTuber. Ihr könnt mir das ruhig zubauen. Ich mache das trotzdem. Das ist mir scheißegal, ey. Ja, versuchts trotzdem. Ah. Der ganze... Ah, komm. Der Puck. Ja, der Puck, ne? Wahnsinn. Oh, Sniper. Nee, nur der Subcho lebt noch. Jetzt bin ich tot. Ich war's. Boah, nicer Move. Das hat er schon zum dritten Mal jetzt gemacht. Das sehe ich zum ersten Mal. Ja, siehst du. Also, ja. Wenn ich ehrlich bin. Da bewegt sich jetzt so viel, hä? Dauert mich ein bisschen. Ja, ein bisschen. Ich habe da so eine Mühe. Aber willst du da wieder hochkommen? Du bist ein Fuchs. Ja, eigentlich schon. Das wäre eigentlich geschickt. Guck dir dieses Pferdchen an, hey. Ich bin kein Fuchs, ich bin ein Pferd. Was? Nee, das geht nicht irgendwie. Das schaffst du. Na gut, dann müssen wir halt hier durch. Schiff dir alles nichts. Versager. Das ist doch Wahnsinn. Ich hab's hier hingebracht. Tja. Darfst du dir gerne? Äh. 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 Parley? Parley. Ich sag's, ne? Bei uns gibt's Parley. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Uh. Uh. Oh. Alter, der lebt. Das ist unfassbar. Ey. Du warst so gut wie durch. Oh Gott, der war gut. Ich hol's dir mal irgendwie runter dann. Ja. Wir verteilten hier immer die Bananen. Was ist da los? Oh Gott. Komm, ich mach die Konstruktion noch ein bisschen schöner. Komm. Kleb da, kleb da noch das dringend ran irgendwie. Was tust du denn da eigentlich so los? Ich baue da einfach an das Honig. Einfach schöne Dinge. Das ist meine Berufung heute. Das ist meine Berufung. Ich hab mir das Gefühl, er spielt gar nicht mehr um das Spiel zu gewinnen. Ah. Ah. Was? Ah. Dieser Puck. Nicht schlecht, Barry. Nicht schlecht. Respekt. Jo. Dankeschön. Guck mal, Barry hat den Sieg abgestaubt währenddessen. Das ist so schön. Okay. Ich guck mir das da erstmal an. Also es treibt. Ja vor allem das Problem ist jetzt, mein Steinjump wird das ein bisschen schwierig. Ach Gott. Das klebt ja nicht einmal meine Konstruktion. Mann. Boah. Alter Verwaldei. Ich sag dir ein richtiger Ninja. Richtiger Ninja. Der hat Dings auch durchgespielt. Meat Boy. Mh. Meat Boy, das könnte noch Freude hüpfen. Ja, das Schöne. Soll ich denn noch eins reinbauen gleich? Kommt eigentlich die Kugel nochmal wieder oder ist die jetzt weg? Nö, die ist weg. Nö, die ist weg. Nö, die ist weg. Die kannst du ja nicht nochmal triggern. Die bleiben. Schade eigentlich. Die ist weg. Oh, das war lustig. Dann klatschen. 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 Verdammt. Ich bin abgerutscht. Schade. Oh, jetzt hat er die wunderschöne Konstruktion weggemacht. Was stimmt euch nicht? Was stimmt doch nicht? Ich hab was Neues hingebaut. Alles cool. Hast gut gemacht. Hopp. Wer hat da alles hingebaut? Oh. Au. Nein. Nein. Jetzt noch. Nein, nein, nein. Wie viele Runden sind eigentlich noch? Ich glaub noch zwei oder drei. Hol's dir. Ja, los. Hol's dir los. Hol's dir. Scheiß bestimmt. Ja. Und da kommt der Stein. Das sind 18 Sachen auf die ganze Zeit. Ich hab alle auf. Ey. Lungen, Lungen. Easy. Danke. So, wir haben noch, keine Ahnung wie viele Runden wir haben. Anscheinend sind wir noch gar nicht so weit. Wir haben noch Zeit. Leute, entspannt euch. Sehr schön. Wir haben noch Zeit. Hier wird nix kaputt gemacht. Hier wird nix kaputt gemacht. So, du hast schon überlegt, was er schon wieder verbauen kann an dieser Stelle. Ui. Ich hab gehört, da ging was kaputt. Ah, verstehe. Denkst du? Du hast grad repariert, ne? Ah, wo? Hol ich. Nein, 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 nein. Da wollte ich gar nicht. Hin. Ui. Ui. Jetzt kommt dieses scheiß Stein. Und verbaut es allen. Oh, weil das so gierig da hinten ist. Oh, oh. Mensch. Ich hab null Punkte. Ich bin nicht gierig. Drei Minuten noch, genau. Null. Oh. Verdammt. Das ist einfach irgendwo kaputt. Oh, der macht irgendwas kaputt, der Kerl. Das kann nicht angehen. Nur, nur ein was. Hm. Jetzt hast du da die Wurzel an explodiert. Das kannst du auch nicht machen. Ja, sehr gut. Challenge accepted. Ganz laut. Freundschaft. Oh, kack. Egal, ich komm wenigstens noch drüber. Oh, oh, oh. Na doch. Hi. Hi, Barry. Perfekt. Ich bin bei Barry gelandet. Oh, guck, alter. Getüttelt hat er das. Was, der schafft das sogar? Was ist das denn? Ei, ei, ei. Ich bin faszinierend. Das ist jetzt echt ne Stelle, die ist bisschen gemein hier. Ach, wieso. Was? Da dukt sich doch. Scheiße, ey. Das ist einfach zu falsch. AFK-Warnung. Spieler, sag ihm das doch nicht. Ach komm. Spieler nicht da. Scheiße, ey. Das war jetzt das erste Mal, dass wir so ne AFK-Warnung eingeblendet haben. Der Tennisball. Der gute alte Tennisball, auf den ist immer Verlass. Auf den ist Verlass. Oh, oh, oh. Zwei Euro noch. Zwei Euro noch, Kinder. Hm. Jo, wo gibt's denn hier Honig, dass ich hier anklecksern kann? Da, 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 da. Ja, macht's ein Schwein. Ja, macht's so. So ist gut. Ja. Das ist mir egal. Das wird mir trotzdem. Der wills uns einfach nur beweisen, weißt du. Oh. Oh. Tennisball. Das ist jetzt schon ein bisschen fies da, ne? Sobald er wieder rauskommt. Ah, shit. Vorher musst du noch rauskommen und was anschließend noch drüber, ja. Das Reinkommen ist eher das Problem jetzt. Ja. Ah, fuck. Das ist ja viel im echten Leben, nicht wahr, Rickus? Das Reinkommen ist erst mal das Problem und dann. Ja, das ist das große Problem. So, letzte Runde, Kinders. Oh, ja. Ein Ventilator. Ah, komm, noch eine Münze. Eine Schussmaschine. 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 Komm, wer es schafft. Nein, keine Münze. Zellos. Mach dir so, dass Rickus hier dich kriegt. Egal, wer es schafft, der hat es auch verdient. Komm, muss eins. Ja, komm. Niemand hat es verdient. Nee, denkste? Okay. Bin ich aber jetzt nicht nett von dir. Kann ich überhaupt gegen Ankämpfen bei diesem? Weiß ich nicht. Nein! Oh Gott, oh Gott! Ja. Das geht nicht. Warte. Los. Hoppala. Komm schon. Fuck. Oh, Manu. Das will nie um aufzugeben. Ich hab ein Problem. Ich hab ein Problem. Du hast keine Ahnung, Sobcu. Ich muss den anderen, was denn Zellos. Na komm schon. Ich hat es doch fast. Es ist doch scheiße. Achso, dann... Ach, dann kann man auch... Ach, dann kann man durch? What the fuck? Jetzt wissen wir was. Jetzt kriegt dein Lachrecht. Alter, was ist das? Sehr schön, sehr schön Ja, dann, Bermi, herzlichen Glückwunsch Dankeschön Achso, es gibt sogar noch einen Sieger Du warst einmal der Beste Also ich fand das Level sehr schön Das war wunderschön, ja Ich fand das sehr schön Na gut, Leute, dann bis zum nächsten Mal Haut's rein und nächste verrückte Folge Bis dann, tschüss Tschüss